Okay, nochmal eine kurze Anleitung und zwar zum Thema Freifunk und Sicherheit. Es kommt immer wieder die Frage auf, ich habe ein lokales Netz von mir daheim oder in der Firma und wie sicher ist das denn von Freifunk getrennt, wenn ich da was mache? Generell unsere Router bauen lediglich einen Tunnel auf in Richtung Internet, das heißt, die haben mit eurem privaten Netzwerk nichts zu tun. Es gibt allerdings natürlich ein gewisses Risiko, der Freifunkrouter ist in eurem lokalen Netzwerk, das heißt, wenn da eine Sicherheitslücke drin sein sollte, die halt noch nicht bekannt ist, könnte theoretisch jemand auch sich Zugang zu eurem Netzwerk verschaffen. Wie gesagt, alles Theorie, bisher hatten wir den Fall noch nicht und wenn es Sicherheitslücken gibt, kommunizieren wir das üblicherweise und versuchen möglichst schnell Patchs zur Verfügung zu stellen, aber manche Menschen möchten natürlich trotzdem einen zusätzlichen Schutz haben und den gibt es. Üblicherweise empfehlen wir da eine sogenannte DMZ oder ein eigenes Netzwerk, aber das ist eher was für sehr große Aufbauten, das heißt, professionelle Netzwerke mit entsprechend viel Equipment wird man im Privatbereich oder bei kleinen und mittleren Unternehmen eher selten finden. Relativ häufig findet man aber etwas von diesem Hersteller hier, die gute alte AVM Fritzbox oder auch natürlich die neueren und bei denen können wir einen Trick anwenden, um euer Netzwerk ein bisschen mehr zu schützen und zwar den sogenannten Gastzugang. Beim Gastzugang werden wir den aktivieren, dann haben wir hier hinten die Beschriftung LAN 4 und auf diesem einen Anschluss können wir ein getrenntes Netz machen, der mit den anderen Anschlüssen und eurem privaten WLAN nichts zu tun hat. So habt ihr dann nochmal einen zusätzlichen Schutz vor irgendwelchen Angriffen. Also schauen wir mal uns an, wie man das Ganze einrichtet. Dazu geht ihr erstmal auf euren Router, meistens in der URL-Zeile hier oben fritz.box eingeben, beziehungsweise die IP, wenn ihr die kennt. Dort müsst ihr euer Kennwort eingeben, das habt ihr bei der Einrichtung der Box vergeben. Solltet ihr damit Probleme haben, gibt es halt die Möglichkeit, das Kennwort zurückzusetzen, gibt es im Internet ein paar Anleitungen zurück, müsst ihr eventuell mal schauen. Nachdem ihr das eingegeben habt, bekommt ihr hier eine Info über den aktuellen Netzwerkzustand und wir begeben uns direkt mal daran, diesen Gastzugang zu konfigurieren. Ein Hinweis noch, es gibt teilweise Anbieter, die immer noch nicht auf die aktuelle Firmware aktualisiert haben. Da sieht es eventuell ein bisschen anders aus, aber die Menüpunkte müsstet ihr eigentlich finden können. Zum Konfigurieren gehen wir dann erstmal auf Heimnetz, gehen in die Heimnetzübersicht und dort finden wir dann ein Register Netzwerkeinstellungen. Und ganz oben springt uns direkt schon ins Auge der Gastzugang. Hier können Gäste schnell und sicher einen Zugang zum Internet ermöglichen, LAN 4, wie bereits gesagt. Und ja, das wollen wir auch benutzen. Klicken hier einmal den Haken an, Gastzugang für LAN 4 aktivieren. Den zweiten Haken, Anmeldung am Gastzugang nur nach Zustimmung von Nutzungsbedingungen gestatten, den dürfen wir nicht einschalten. Hintergrund ist, wie gesagt, die Leute am Freifunknetz surfen nicht über euren Internetanschluss. Das heißt, hier diese Nutzungsbedingungen, die würden dem Freifunkrouter selber angezeigt und naja, das ist ein Router, der versteht nicht, was ihr da von ihm wollt. Deswegen das bitte abgeschaltet lassen. Das Ganze speichern wir, dazu gehen wir ans Ende der Seite, klicken einmal auf Übernehmen und dann ist der schon aktiv. Gibt allerdings leider ein kleines Problem, denn nun ja, was wir in Richtung Internet benötigen, ist einmal DNS, also Namensauflösung und unseren Tunnelport. Die sind aber standardmäßig im Gastzugang verboten. Dieser Gastzugang ist standardmäßig so konfiguriert, dass man nur Webseiten aufrufen kann. Das müssen wir ändern. Dazu klicken wir auf Internet, dann gehen wir auf Filter und hier oben haben wir dann die Zugangsprofile und hier sehen wir schon, Gast hat einen Filter, Blacklist, BPJM und gesperrte Anwendungen, alles außer Surfen und Mailen. Das müssen wir bearbeiten, klicken einmal hier drauf und leider ist das hier bei der Fritzbox nur sehr grob möglich. Also nicht so schön, wie wir das gerne hätten, aber ja, es ist auf jeden Fall von einem Netz getrennt. Was ihr machen müsst, ist einmal hier unten die gesperrten Netzwerkanwendungen, diesen Punkt alles außer Surfen und Mailen entfernen. Somit dürfen die Leute am Gastzugang alles im Internet nutzen. Wie gesagt, wir nutzen es nicht. Nächster Punkt, was es hier noch gibt, ist einmal der Filter für Internetseiten. Damit kann man sagen, okay, wir möchten jugendgefährdende Inhalte sperren und so weiter. Das gilt alles, wie gesagt, nicht für Freifunk. Freifunk ist immer unzensiert, solange es gesetzlich zulässig ist. Das heißt, dieses Ding hier wird nicht benutzt. Könnt ihr ausschalten, einschalten. Es wird von uns nicht beachtet. Nächster Punkt wäre eine Zeitbeschränkung. Kann man tun, aber das hat wahrscheinlich nicht den Effekt, den ihr haben wollt. Wenn ihr sowas machen wollt, überlegt es euch erst nochmal, denn meistens ist es besser mit den Leuten, die Probleme machen, dann zu reden. Andernfalls schreibt uns bitte auf der Mailingliste an. Es gibt da bessere Methoden, die machen weniger Störungen und sind effektiver. So, das Ganze speichern wir jetzt hier unten. Klicken einmal auf OK und damit ist die Konfiguration auch schon abgeschlossen. Wir sehen jetzt hier, keine Filter mehr, keine gesperrten Anwendungen. So sollte das sein. Und ja, somit habt ihr dann mit einer einfachen Fritzbox, die jetzt in vielen Bereichen wahrscheinlich zu finden ist, eine Trennung gemacht zwischen eurem privaten Netzwerk und dem Freifunkrouter. Einfach nochmal als zusätzliche Sicherungsschicht, dass da nichts passieren kann. Ja, würde ich mal sagen, fröhliches Freifunken.